Musik 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 Genau so halten Und sag von wo Ja von, ja genau Ich liebe das auch direkt an den Füßen zu stehen Ja So habe ich mir meinen Sonntag eh vorgestellt 10 Sekunden Ja, ich muss schon 15 sagen Ich halte das Licht, ich ist entspannt Ihr habt mir hier vorne Ja, je nachdem was ihr sagt Ich bin da Wir haben ein Abiliegerät Ich bin nach Hause Ich bin froh, du gehst einfach ganz aus Versehen tatsächlich einkaufen Und das nur, weil ich rechtzeitig Stopp gesagt wurde Sieht aus Wie die unglücklichste Familie der Welt Warme Kleidung für die Bedürftigen Warme Kleidung für die Bedürftigen Ja, ja, ja Why would you do that? Das hat aber ein großes Teil sich in meinem Bein Why would you do that? Was sie vor sich sehen ist unsere neueste Konstellation Ah Wann sehen Sie? Er steht gelbe Jacke in trostlosen Brunnen Er steht da tatsächlich seit 12 Stunden mittlerweile Er hat nichts gegessen, nichts getrunken Ja tatsächlich Wir haben überlegt ob wir eine Rachsfigur nehmen Welche Epoche ist das? Welche Epoche? Lässt dich schwer zuorten, deswegen Postmoderne Postmoderne, mhm, passt auf Gelbe Jacke auch Ja und der Künstler war, wie hieß der Künstler? Giovanni Goro Giovanni Goro? Giovanni Goro Ja ok Interessanter Mensch Ja? Ja Ok gut, ich würde vorschlagen wir gehen weiter Ja ist genug Ja ist genug Ob du es glauben oder nicht, der Künstler Das war mir so tumpst für die Kamera So dass wir als ein zweiter mir so richtig doll sparen Hahaha Scheider, das ist doch nicht so ernst Oh Gott Oh mein Gott Hi Oh mein Gott 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 Vielen Dank.